Ah, das ist hier so ne Schwäbemann-Übung. Ähm, ne, eigentlich nicht. Das ist, wir mussten hier das Gelände anpassen. Illusion also. Ja. Hologram. Welche Arbeit machen die Schafe? Ach, jetzt im Moment nix. Ich hab jetzt, äh, die Wiese 100 hab ich mal abgeendet. Die Woche. Ähm, hab den Rest ins Silo gelegt. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel da drin ist. Aber da müsste einiges drin sein. Da hab ich noch 26.000 drin. Oh. Wie viel habe ich Schafe jetzt? Ähm, gute Frage. Nächste Frage. Kann ich nicht sehen. Hm. Bestimmt nicht so viel bei 20 Schafeln. Nee, 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 das lohnt sich, das lohnt sich schon. Ich glaube so. Wer war oder? So vielleicht 10.000 oder so, höchstens. Ah. 10.000 kommt hin. Ich hab jetzt mal ordentlich Druck gemacht bei denen. Bei denen? Sie sind doch der Mitteilhaber. Oder Mitarbeiter. Nee, nicht mehr. Weil ich zwei, zwei Tage lang nicht da war. Hat er mich nicht mehr zum Vize gemacht. Der Leon Müller ist jetzt Vize und der Marlon ist, äh, Chef. Die waren vier Wochen nicht da. Ja, arbeiten sie jetzt gar nicht mehr beim Lohnunternehmen. Doch, aber halt nur als Mitarbeiter. Und die haben die, und ich, äh, die haben die Auftragsgriffe. Weil, also die entscheiden, ob ich einen Auftrag mache oder nicht. Ah ja, okay. Also ich führe das nur aus und abrechne und tun auch alles die. Hm. Okay. Ach so, doch, warte mal. Jürgen, äh, Hans-Peter, ich kann mal grad reinschauen. Äh, ja, 10.000 knapp. Okay. Hm. Ja, ist ganz gut geworden hier. Wirklich, wirklich. Sieht auch schön hier aus. Ja. Mit den Bäumen, mit dieser Wiese. Ja, finde ich auch. Ich muss nur gucken. Bäume machen das schön wohnlich. Ja, ja. Bisschen natürlich. Dann fällt es einem nicht so auf, dass man direkt an der Straße wohnt. Hören Sie die eigentlich nachts? Hallo? Nee, hier ist wenig los. Oh, gut. Hallo? Also mein Traktor ist es nicht. Ist es mein Telefon? Hallo? Ist das stimmt? Nee, irgendein Funk ist angegangen. Äh, Reinhardt, haben Sie gerade zufällig den Hans-Peter hier? Hans-Peter, komm mal bitte an mein Auto. Ja, ja. Da will ich was von Ihnen. Hier, bitte, der ist Funkgerät. Der ist, der Harren. Ja. Hallo? Hallo? Ja, ich wollte nur sagen, dass bei Feld 16, äh, 116 noch eine Seilwäsche. Ich glaube Ihnen nicht. Ah, ja. Ja. Dann weg. Dankeschön. Ja. Tschüss. Äh, tschüss. Ich leg ihn auf. Herr Reinhardt. Hm? Der Hans hat gemeint, der legt das Funkgerät zurück. Ja. Gut so. Oh, mein Blinker leuchtet noch. Okay. Oh. Gut. Ach, Volker, mal anrufen. Aua. Jürgen? Äh, Volker? Yo. Wie viel Uhr soll ich nochmal vorbeikommen? Äh, in acht Minuten. Wohin? Zum Jahnhof. Okay. Ich beeile mich. Jo. So. Der Anhänger sieht ja auch super aus. Den, 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 äh, den, ach, wie heißt denn der? Diesen Fliegel. Ja. Ja, die Farbe, die ist Hammer. Ich weiß auch nicht, die gefällt mir richtig gut. Ja, das ist Petrol. Mhm. Ja. Und ich denke, der ist auch ausreichend für die Schafpaletten, für die Wollpaletten. Jetzt fahren sie halt einmal mehr. Ich meine, wenn sie nicht die Wollpaletten haben. Herr Reinhardt, können Sie mal gerade ihr Auto neben meins stellen, dass die alle daneben parken, weil dann sieht es schon so aus. Und du, Hans, vielleicht auch. Ja. Wenn die Autos alle nebeneinander stehen, dann checken die, dass das als Parkplatz dienen soll. Sonst parken die ja alle kreuz und quer. Ja, komm, 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 langsam. Gut. Ah, bisschen vor noch. Bisschen vor, Reinhardt. Ja, ich hatte Wollt auf dem Aus. So, ein bisschen zu weit. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Das sieht aus, als ob wir jetzt ein Bild für eine Autozeitschrift machen. Ist sogar ein R, den du da hast, Hans. Hä? Ist sogar ein Golf R, den du da hast. Na klar. Ja, geht aber flott ab, hä. Oh, er fährt über 100. Das ist Minimum. Das schafft auch mein Dodge Ram. Aber wir in der Polizei haben auch die, die er. So. Ähm. Hans. Ja. Hast du bestimmt ein Kasten Bier im Auto? Ja. Dann gib mal mal ein Bier raus hier. Gerade jetzt habe ich nichts dabei. Was? Ich kann mal schauen. Nein, macht ganz Spaß. Kommt sie mit. Der hat immer zwei Kästen Bier in der, Kasten Bier in der Tasche. Kommt sie mit. Und hier am Kofferraum. Hier am Kofferraum. Am Kofferraum. Ja, Moment. Ich muss den Jürgen warten. Am Kofferraum. Ja, mach mir doch eins auf, bitte. Bitte schön. Morgen. Bitte schön. Morgen. Soll ich auch eins? So. Hi. Hi. Ich habe schon lange gar nichts mehr gehabt, ey. So, der Neumann kommt auch schon. Ah ja. Ja, die habe ich auch schon mal getrunken. Die sind gut. Hans-Peter, Sie wissen, was gut schmeckt. Der Harry kommt. Was kommt mit dem Leon? Ach, du Kacke. Da kommt der mit seinem Plastikbomber. Also bist du... Ja. Sag dem, wenn der einmal stehen bleibt, der... Plastikbomber-Deutsch. Oh. Schiefschön. Es hat ja gut gepasst mit dem hier, äh, mit dem Parkplatz. Parken trotzdem alle, wo sie wollen. Kommt der Herr Müller auch noch, Herr Neumann? Hallo. Der Herr Müller ist auf dem Weg, soweit ich weiß. Ja, der ist auf dem Weg. Okay. Wie schaut es aus mit meinen Feldern, Herr Neumann? Ich habe dem Leon eigentlich gesagt, dass wir die dringend anpflanzen müssen, sonst gibt's Ärger. Ja, nach dem Fest geht's los. Ist kein Fest, ist eine Versammlung. Ja, Versammlung. Eine wichtige Versammlung. Sind wir hier erfahren, worum es geht? Ja, wir warten noch auf den Herrn Müller. Ich denke mal, es geht um die schönen Schäfchen. Ja, durchaus auch. Wie viele hast du, Volker? 20, 20 habe ich schon. Ah, scho. Der Harry hat mir die hergefahren. Also wenn ihr mal einen guten Transporteur braucht, dann wendet euch an den Harry. War unkompliziert und schnell, wirklich. Hat eigentlich schon jemand Mist im Angebot? Ja. Nee. Nee. Malon? No. Immeron, ja. Doch, doch, doch. Haben sie? Ja. Ich bräuchte nämlich vielleicht ein bisschen was. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gleich jemand gesagt, dass sie den mit runterbringen sollen. Malon? Ja. Ach, egal. Da kommt der Leon. Ey, hier. Hallo. Hier ist so dumm. So dumm kann man auch nie sein. Hi. Oh. Oh. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich verfehle aber auch manchmal die Einfahrt. Die ist ziemlich eng hier. Leon, hier. Es ist nicht eng, Herr Jürgen. Der ist genau richtig. Ich ziehe die Hecke vor. Das ist genau richtig. Ich will auch nicht jeden hier drin haben. So, kommen Sie gerade mal in den Garten. Da habe ich ein paar Bänke aufgestellt. Auch wenn die gerade nicht da sind. Garten. Ah, ja. Wir können uns doch einfach auf den Boden setzen. Ja, hier ist sauber. So, hallo Herr Müller. Sind Sie jetzt auch angekommen? Ja, endlich. Gut. Das kann sich, glaube ich, jeder noch beim Hans-Peter hinten aus dem Auto ein Bierchen rausnehmen, wer noch nicht hat. Harry, Hans. Das klingt nicht so. Rechnung geht auf mich, alles klar. Und ich habe noch zwei Kästen jeweils in einer Hosentasche. Aber jo, ist gut. Volker, was hast du denn zu verzichten? So, Hans-Peter, habt ihr gerade das Bier bezahlt, gell? Dankeschön. Danke. So, also, ich möchte dich einfach mal hier als neuen Grundbesitzer begrüßen auf meinem Hof. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich biologische Wolle herstelle, also Bio-Wolle von Bio-Schafen. Die kriegen natürlich lediglich gut geschnittenes Gras von mir selbst und Wasser aus der nahen Quelle. Danke, danke. Außerdem bin ich dabei, dass ich mir hier noch ein paar Gewächshäuser hinstelle, weil mich nervt, dass die ganze Zeit hier viel Plastikmüll produziert wird, durch das, dass man bei den Kaufhäusern immer hier, ja, Sie wissen schon, die Plastiktüten benutzen müssen. Das nervt mich einfach ein bisschen. Aber es gibt leider noch einen anderen und traurigeren Anlass. Hier fehlt gerade irgendjemand, habe ich das Gefühl. Wer denn? Zwei, vier, sechs, sieben. Oh nee, sind wir doch wieder. Wir sind vollzählig. Es gibt leider noch ein bisschen einen traurigeren Anlass und zwar würde ich gerne hier in dieser Runde und auch in der Gemeinde, im Gemeindeblatt ein Misstrauensvotum gegen den Herrn Jonas Reinhardt stellen. Da sind leider in der letzten, Herr Reinhardt, bleiben Sie einfach ruhig. Sie müssen jetzt nicht, hallo Herr Reinhardt, ist nicht die Welt untergegangen. Ich hab's geahnt. Aber es sind einfach in letzter Zeit so krumme Dinge oder komische Sachen passiert, sage ich jetzt mal, wo man einfach... Das möchte ich bitte wissen. Jürgen, willst du mal anfangen? Ähm, wie zum Beispiel das mit den Steuern als erstes und dann wiederum nicht? Ja, diese 180% auf einen Artikel, also oder zum Beispiel, wo sie probiert haben, den Hans Peter, der wirklich einen sehr guten Job macht, da in die... abzusetzen und dann irgendwie einen anderen, vielleicht sich selbst sogar als Händler einzuführen. Wann habe ich das gesagt? Ich hab Ihnen mal spaßeshalber gefragt... Haben Sie ruhig, Herr Reinhardt. Ja, Sie müssen jetzt nicht... Ja, sorry, es geht um meine Existenz als Bürgermeister. Keinen Sie nicht, sonst klatsche ich Sie. Sie müssen auch immer dran denken, wenn Sie Bürgermeister sind, sind Sie vom Staat angestellt, dann kriegen Sie wahrscheinlich auch noch eine Pension, also davon können Sie dann immer noch gut leben. Naja. Ähm, es ist ein Misstrauensvotum, ja, es kann so und so ausgehen, deshalb, wir werden das ins Gemeindeblatt aufnehmen. Da fliegt ein Flugzeug. Ja, haben Sie das Flugzeug gesehen? Hey, das war aber ziemlich tief. So, richtig tief, ey. Mach jetzt einfach, alter. Also, es ist nur ein Misstrauensvotum, Herr Reinhardt, das heißt, es kann so oder so für Sie ausgehen. Das ist nacht. Aua. So schön ist es bei mir hier, dass man die Grillen immer hört. Ähm, Hans, Hans, gehen wir mal schnell ein Bier holen für den Reinhardt. Ja, ja. Herr Reinhardt. Herr Reinhardt, Sie kriegen jetzt noch ein Bierchen und dann wird, alles wird gut. Ja, hallo. Bitteschön, ich kann nicht hinsehen. Harry. Ach nein, Harry. Muss er den Zaun abschleifen? Na, ich schleif dir auch gleich was ab. Gott, nein. Oh, Harry. Äh, abschleifen. So, also, das wollte ich jetzt hier, warte mal, Herr Reinhardt, nicht, also, Sie dürfen sich jetzt nicht zu allein fühlen. Nachher begehen Sie noch Selbstmord, das wäre eben schlecht. Flugzeug. Wo? 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 Ich sehe es nicht. Ähm, also, gucken Sie einfach mal, wir werden es in Gemeindeanzeige reinschreiben und dann ins Gemeindeblättle und dann schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Scheiße. Perfekt, noch ein Scheiße. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, Sie sind immer noch Bürgermeister. Gibt es ja nicht, wie der sich daneben benimmt, ey. Run for the wind. Selbst jetzt hat er es noch nicht kapiert, dass er sich mal zusammenreißen soll. Oh yeah, machen wir die Mucke an nochmal. Oh, oh. Oha. Können wir eigentlich wieder fahren? Gut, danke. Ey, ja, nee, das war's. Ähm, dann fahren Sie mal nach Hause und wenn Sie alle zu Hause angekommen sind, dann schlafen wir vielleicht eine Runde. Okay, jo. Gut, bis dann, tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich muss in den Wald. Herr Veruna? Selbstmord begehen. Ja. Hans. Hans. Ja, ja. Oh, wir warten mal kurz, bis die alle weggefahren sind. Wo man Selbstmord begehen kann. Äh, nein. Ich hab das Bedürfnis. Herr Reinhard, dann sind Sie aber auch kein Bürgermeister mehr. Glaub ich doch sowieso nicht. Neumann. Ich warte das Misstrauen zum Motorrad und dann warte ich. Neumann. Okay. Äh, was ist da los? Harry, bleib her. Harry, du warst mit dabei, Freundchen. Äh. Harry hat mich von hinten geschoben und dann ging dein Auto. Die zwei sind in meine Karre rein. Ja, Harry hat mich geschoben. Was ist denn hier los? Aber vielleicht mal die Motoren aus. So eine große Feuerballdelle, Alter. Leon, bitte mal Motor aus. Ist alles Sprit. Das macht ja auch noch einen Unfall, ey. Alter. Hans-Peter, komm mal mit. Wir gehen mal kurz rein. Wo bist du denn? Äh, äh. Äh, Verkehrshaus. Ja, komm auf die Seite. Kann man sowieso nicht mal. Also ich lasse das Fahrzeug hier begutachten. Hab ich. Hey, schreien die rum, ey. Was ist los? Ich glaub, das war eine richtig gute Idee. Der, der hat jetzt die Hosen voll, ey. Ja, aber richtig. Ja, aber wir müssen mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, weißt du? Hoffentlich für uns. Kann so oder so ausgehen. Ja. Ja. Okay. Nein. Aber jetzt schauen wir mal ab, was nächste Woche passiert. Ja. Am Montag haben wir ja bestimmt schon das Ergebnis, wenn wir das heute Abend per WhatsApp rumschicken. Ja. Dann haben wir am Montag schon ein Ergebnis. Bestimmt. Spätestens am Dienstag. Ja. Kann nicht. Guck mal, jetzt hat er gerade schon eine SMS rumgeschickt. Jetzt will er gucken, ob er die Subventionen optimieren kann. Will er seinen Hintern retten. Ach ja. Okay. Gut, aber dann fahr du auch mal heim, dass wir schlafen gehen. Ja. Wünsch dir eine gute Fahrt, komm gut heim, gell? Ja. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut. Oh, ich sag mein Schäfchen noch, gute Nacht. Ich geh mal Schäfchen zählen, verstehst du? Ja. Eins. Pass auf, dass du nicht einschläfst. Das ist Sinn der Sache, Hans. Sinn der Hans. Ja, aber wollen Sie ihm schlafen? Hä? Wollen Sie einen Schlafen? Sie hätten mir schon sagen können, dass sie Biobauer sind. Warum? Ich hab das mit ihm besprochen, mit dem Biobauer, dass es da mehr für sie gibt. Ja, was hätte ich denn noch gekriegt? Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mit meiner, dass ich jetzt unzufrieden mit meiner Option bin. Aber das wollte ich Ihnen nochmal so dazu sagen. Ach so. Ja. Ich glaub, das sind 40%. Auf was? Auf alles. Okay. Nö, ja. Ist nicht so wichtig, ja. Herr Reinhardt. Ich kann's noch. Gehen Sie mal nach Hause, schlafen Sie sich aus und denken Sie dran. Ich kann nicht stricken lieber um den Hals. Glauben Sie mir, der Fluss tut gut. Warten Sie erstmal ein bisschen ab. Also, gehen Sie jetzt mal nach Hause, ruhen Sie sich aus und morgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Tschüss. Vergessen Sie das Licht, machen Sie das Licht an. Am liebsten wäre es mir, wenn ich gegen einen Baum fahre. Da müssen Sie aber nicht bis morgen warten. Tschüss. Ja, es wäre mir lieber. Jetzt. Oh, der Arme, ey. Der ist ja richtig jetzt am... Ja. Oh Gott. Was haben wir getan? Jetzt. Ich weiß es nicht. Ach, Alter, jetzt wird er so... Eieieieiei. Sollten wir jetzt... Sollten wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Warum? Ja, nee, es ging ja einfach um Entscheidungen, die er komischerweise getroffen hat mit, machen wir hier, machen wir da. Ähm, und... Und, ähm, das ist halt jetzt die Reaktion darauf, dass er seinen Job im Grunde nicht so gut gemacht hat. Mhm. Genau. Also. Gut, ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die Folgen von dieser Woche, weil wir sind jetzt schon ziemlich durch. Der Herr Reinhardt ist, ähm, zum Wochenende... Am Ende. Weißt du, was das Böse jetzt ist? Was? Man muss jetzt eine Woche warten, bis das Ergebnis erfährt, weil wir nehmen ja jetzt gerade am Freitag letzte Woche auf. Also wenn ihr die Folge schaut, ist Sonntag. Und wir haben die Folge aber jetzt nicht vorgestern aufgenommen, sondern vorgestern, vor einer Woche. Das heißt, er muss jetzt acht Tage drauf warten, um zu wissen, was genau passiert. Ich glaube, der Jürgen ruft gerade an. Jürgen? Volker, ihr müsst aufpassen, bei euch ist der Harry rum, der hat eine Waffe dabei. Meinst du, der will uns... Was hab ich, was, was, was? Ich hab das, was? Nee, ich hab keine Zeit mehr, ich muss jetzt schlafen. Ja, ich auch, nur das Bescheid was, der ist bei dir da oben im Wald in der Nähe. Okay, gut. Okay. Bis dann, tschüss. Tschüss. Okay, Harry im Wald mit einer Waffe. Bringt der sich jetzt um, oder? Nee. Naja. Aber wie gesagt, er muss halt jetzt acht Tage drauf warten, um zu wissen, was passiert. Oder beziehungsweise er muss sieben Tage drauf warten, bis nächste Woche Freitag, um zu wissen, was passiert. Und das ist halt auch nicht so schön. Das ist fies, ja. Ja. Aber ist gut getimed gewesen, hat genau gepasst, um in diese Folge noch zu passen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.